Sauerland Gaming Einmal zu kaufen Ja, ich habe da auch schon auf einmal auf einer anderen Lücke gespielt Und das ganze in den ersten Spiel, ja, ein bisschen zu reiben Wie das funktioniert Das ist in den Aufnahmen kein Desaster Ja, wir haben vorher noch kein bisschen gespielt davon Auch den ersten Teil nicht Aber bin jetzt mittlerweile recht fit hier drin in diesem Spiel Ich würde auch sagen, ja, schnappen wir mal nicht lange rum Ich werde gewusst, dass diese Stadt reiten Als zweites in den Orten in den Dorn Wenn wir die Dorn hier ausbauen werden Dass diese wechselnden Teil der Dorn in den Dorn Ja, gut, ich würde sagen, fanden wir einfach mal an hier Wenn wir wissen, was war das hier das Stahlwerk Ja, genau Und was es in den Stahl schlägt Aber sofort Dieses werden wir als erstes mal bitte geben So, ja, der Weg ist, dass wir mich kurz vor mir nach oben Und das wird, dass wir uns in den Dorn da rein BKW machen Vorher roste ich aber einmal Ich habe immer noch eine kleine Masse Was ich hier Das ist auch ein bisschen besser, wo man kommt. Ja, dann brauchen wir natürlich auch noch den Film an, für unsere Weltkrieg, die Station. Wie gesagt, ich habe in dem Land reden, was ich habe, schon recht weit gespielt. Und dann haben wir da auch schon ein paar Meter unterlauschen, den Zughefen, das heißt Hebel, Kaffee, 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 Kaffee. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018